Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute geht es weiter mit der 11. Episode des Road to Glove Unboxings und heute habe ich wieder die Handschuhkisten. Bei der letzten Episode hatte ich ja die Hydra Kisten, bei der Aufnahme gleich mal gefällt, dass ich ein zweites Mal aufnehmen musste, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, gibt es bei der letzten Episode von der Road to Glove Unboxing, also das müsste das vorletzte Video gewesen sein, Episode 10, da ist noch ein Giveaway für die Leute, die es interessiert, also mal vorbeischauen und ich hoffe, dass ich heute zumindest wenigstens ein Pink Item ziehe, weil sonst, sonst macht es echt keinen Spaß mehr, aber der erste Skin ist schon mal die Max Seven, ich meine es gibt ja Blue Skins, die bringen ja noch mehr, sag ich mal, als andere Blue Skins, aber die Max Seven zu dienen, die bringen ja nichts, die Max Seven ist einfach ein Skin, das ist ja einfach eine Waffe, wo es spielt kein Schwein, was braucht man dann, ein Skin, die Blue Again, die P90 wäre schon cool, ich meine, jetzt auch nicht das krasse, aber wenigstens etwas, ich wollte hier wieder nur Blotie, aber wie gesagt, ich habe es in einem anderen Video schon mal angesprochen, bei der Road to Knife Unboxing ging es mir so ähnlich, ich hatte da eigentlich auch nicht, dann in der 13. Episode kam das Knife, somit habe ich eigentlich sozusagen noch, das ist jetzt die 11. mit der Episode hätte ich jetzt noch 3 Episoden gut, aber es sieht so aus, als wird das heute 10x Blau, achso, das ist in der Gamma Kiste drängen, das ist in der Kiste zu viel, oder wo brent sie an, was ist das, dann ist es dann ist sie auch noch Battle Game, ach nee, komm doch, komm jetzt bin ich noch eine Woche in Urlaub, ich muss hier jetzt irgendwas, dass ich da mit guter Laune weggehe vom PC, geht ja nicht, das ist einfach nur blau, das ist glaube ich die 6. Kiste, jetzt kommt Kiste, Nr. 8, das läuft, nicht wirklich, also das kurze Mal gebetet worden durch den 4, triggert auch hart, aber es ist, ne, 9x Blue, ich könnte 3x raten, was in der letzten Kiste drinnen ist, ich glaube ich kann es vorher sagen, wieder Blue, ne, was ist das für ein Rand, das ist die größte Abzocke, ne, also die heutige Episode war, Onfleek, die war wirklich deliziös, ich glaube so viel Blue, das hatte ich glaube ich erst einmal, bei der Road to Knife Unboxing, hatte ich das einmal, dass ich wirklich 10x blau ziehe, das habe ich es auch einmal geschafft hier, bei Road to Glow, und es ist, ja, wow, es ist, ich kann meine Emotionen nicht zurückhalten, ne, das, ich meine, das ist ein Format, ist Bock zwar irgendwie, aber wenn ich dann 10x blau hier will, ja, ok, lol, oder vielleicht habe ich einfach das falsche Shirt heute an, weil das ist blau, Boys and Blue, 10x nur Blue, egal, ähm, ja, in meinen Daumenach würde ich mich trotzdem freuen, ne, ich meine, da weiß ich einfach nicht, was ich da aufs Antwort, was ich da sagen soll, das ist, yo, fuck off, Alter, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, das ist ein Witz, ey. ARD Text im Auftrag von Funk